Nächster Redner ist von der FPÖ, Günter Kumpitsch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, Heushaus, nach wie vor haben wir eine starke illegale Zuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls. Nach wie vor gibt es ein Mehr an Gegengesellschaften, nach wie vor gibt es ein Mehr am politischen Islam, am radikalen Islamismus und wir haben straffällige Ausländer, die man seit Jahren nicht abschieben kann, weil die nötigen Rückführungsabkommen fehlen. Und was tut diese Regierung, die Gott sei Dank bald Geschichte ist? Anstatt die Notbremse zu ziehen, schaltet sie nicht einmal mehr einen Gang zurück. Ja, glauben Sie wirklich, dass das heute zu beschließende Gesichtsverhüllungsgesetz eine Maßnahme ist, ein geeignetes Mittel, um den Einfluss des politischen Islam zurückzudrängen? In Wahrheit ist diese Maßnahme, der wir auch die Zustimmung erteilen werden, nur ein zaghafter Versuch der Behandlung einer Krankheit, die sich aufgrund der naiven Asyl- und Zuwanderungspolitik der vergangenen Jahre wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet hat und die im Begriff ist, unsere freie, tolerante Gesellschaft wieder ins Mittelalter zurück zu katapultieren. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, uns ist allen bewusst, dass wir nicht datenlos zusehen dürfen, dass durch öffentliche Verteilung von radikalen Gedankengut Menschen aufgehetzt, verhetzt oder sogar in den Dschihad getrieben werden. Das wissen wir. Es gibt, auch wenn es nur in den Erläuterungen steht und wie es Kollege Rosenkranz schon gesagt hat, Verteilungsaktionen wie zum Beispiel die Lies-Verteilungsaktion, wo der Koran verteilt wurde durch radikale Islamisten, zu verhindern. Aber der Ansatz, den man gewählt hat, nämlich hierfür die Straßenverkehrsordnung zu verwenden, das ist unseres Erachtens ein falscher Ansatz. Ich habe Herrn Minister Sobotka im Ausschuss gefragt, ob er wisse, in wie vielen Fällen es in den vergangenen Jahren zu Situationen gekommen ist, wo die Behörden sozusagen diese nun zu beschließende Regelung gebraucht hätten. Er hat oder er konnte es mir nicht beantworten. Tatsächlich hat diese Novelle mehr symbolhaften Charakter, als sie in der Praxis tauglich ist. Sie ist nämlich viel zu umständlich in ihrem Prozedere und wirklich an der Realität vorbeigedacht. Denn die Annahme, dass Menschen, die es im Sinn haben, radikales oder religiöses Gedankengut zu verbreiten, dass die brav zur Behörde gehen, einen Antrag stellen und dann noch vielleicht warten, bis innen dieser Antrag untersagt wird, weil eine Prüfung innerhalb von zehn Tagen bevorsteht, das ist meines Erachtens sehr naiv. Und ich denke auch nicht, dass ich das in Wirklichkeit bewähren würde. Vielmehr werden diese Menschen und Gruppierungen sich gleich auf die Straße stellen oder gleich in einen Park stellen und ihre Verteilaktionen vornehmen. Und dann auch auf die Praxis bezogen, was macht der Polizist vor Ort? Was soll er tun, wenn er feststellt, naja, diese Personen behindern zwar nicht den Verkehr, aber es besteht doch der Verdacht, dass es radikales Gedankengut ist, das da hier verteilt wird. Braucht man nur den Koran hernehmen, der als solcher ja nicht verboten ist. Was macht er dann, wenn ruft er an, wenn die Behörde nicht mehr erreichbar ist nach der Dienstzeit, wendet er sich an das Landesamt für Verfassungsschutz oder was soll er machen und wer wird entscheiden? Eines hat man schon übersehen, man hätte schon eine Möglichkeit gehabt, logistisch zu reagieren, weil nach § 82 Absatz 6 Straßenverkehrsordnung kann ein Organ der Straßenaufsicht, dass ja Polizisten zweifelsohne sind, eine Tätigkeit auf der Straße kurzzeitig untersagen. Er kann, und diese Möglichkeit hätte man ohne weiteres auch nutzen können, dass man ihn vielleicht sogar in diese Bestimmung hereinschreibt, wenn die öffentliche Ordnung bei dringendem Verdacht gefährdet erscheint, hätte er auch die Möglichkeit haben sollen, unseres Erachtens, dass er diese Veranstaltung unterbindet. Das ist nicht geschehen, daher bleibt zu hoffen, dass es doch noch ein Umdenken gibt, vielleicht ein besseres Gesetz, zwar nicht mehr in dieser Legislaturperiode beschlossen wird, das auch Zähne hat. Und aus diesem Grunde denke ich mir, es ist wieder einmal ein Versuch, etwas zu tun, aber etwas nur zu tun und des Tuns willen kann nicht der Sinn der Lösung sein. Und aus diesem Grunde denke ich, es ist höchste Zeit für Neuwahlen. Danke. Die Novelle habe nur symbolhaften Charakter, sie sei an der Realität vorbeigedacht, meint Günter Kumpitsch von der FPÖ.